Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Human Flatfall Ist das so rum, ja, ne? Vollflat, vollflat, vollflat war es Vollfett, vollfett, ja Vollfett, alles klar Ja, und es gibt ne kleine, tolle Überraschung, oder wat? Es ist eine Weihnachtsüberraschung Es, ne, man sieht ja schon, die Map ist sehr weihnachtlich Es ist alles sehr, sehr weihnachtlich Es ist alles einfach nur schön, gerade Ja Und wir haben Und man kann bei Humanfallflatter seinen Charakter customisen Und, äh Es gibt die Option, man kann seine Webcam abfotografieren Ich bin doch aufgeregt Ich trau mich nicht Warte, ich komm auch mal zu euch Oh Mist, ich seh mich ja selbst ja gar nicht Man kann sich selbst gar nicht angucken Seht ihr mich gerade? Ja, ja Okay Hä? 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 Curry, warum? Curry, warum? Was hast du getan, Curry? Ich hab meinen eigenen Schalmann mit meinem Gesicht drauf Warum, Alter? Komm her, komm her Ich muss den, der muss über die Klippe Alter, sowas können wir nicht dulden So ein Monster will ich hier nicht dulden, Alter Ey, lass mich, ich bin wunderschön, Mann Ich bin wunderschön Curry, komm Es ist wieder so weit Loslassen bitte, wir müssen alle sterben Seht's doch rein, wir müssen alle sterben Lass mich los So, es darf nicht los Okay, ciao Ich kratze mir am Hinterkopf Ahh Die, 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 die Curry? Äh, Tobi? Alter, Tobi? warte mal gestern Alter Tobi Alter Tobi Oh ja Tobi Ja Tobi komm Alter eh ins Gesicht man Alter Tobi Tobi lass nicht los Alter nein Alter Tobi Schaffst du es oh scheiße Nein Pan Nein Oh Gott Pan Nein Pan Oh Tobi Oh nein Alter Erik ich hab dich Ah Erik Alter du riechst immer ganz schön gut Ja Alter ich hab so'n fetten braunen Fleck in der Hose siehst du den eigentlich gerade Ich mein Po Ich hab da so'n fetten braunen Fleck hin gemalt halt Und du hängst genau mit dem Gesicht drin Ernst? Ja Mann Alter Ey Ey Das ist kein roter Fleck Curry Achso Scheiße Ooh Alter Ist zis vollmundig im Geschmach So Ich hab so Der Blick vor Ja, ich probier mal was. Wolltest du gerade ziehen, oder? Hilfe! Was denn? Hilfe! Was hat der Tobi denn? Komm mit, Pan! Achso, ich mach auch was. Los, komm mit! Ich spieg eh Schwein nach oben. Ich spieg mal nur Scheiße in dem Spiel, der war echt nur Scheiße. Ach Alter, Curry, geil! Ah! 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 Curry, mach es! Mach es, Curry! Es ist Weihnachten! Ja! Curry! Wie geil! Sollen wir ne Runde Verstecken spielen? Ja, ich zähl. Ok, 30. 30, komm 30. 30 ist schwer. 30, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 9, 23, 30! Ich komm euch jetzt suchen! Yeah! Ich habe dich Tobi! Ich habe dich Tobi! Ich habe dich! Lass mich los! Nein, was macht ihr? Nein! Was macht ihr? Ihr dürft nicht sterben! Tobi, ich will nicht sterben! Oh Gott, ich will nicht sterben! Bitte stirb auch! Diese Komische! Geil! Ja! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Was macht der mit dir? Hä? Alter, was? 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 Was macht ihr? Alter, das ist doch nicht mehr wärmefreundlich hier, Alter! Tobi, jetzt geht es soweit! Du kannst dich nicht mehr wehren! Es reicht! Alter! Ja! Oh! Alter! Nein! Oh Tobi! Oh ja! Falsches Loch, Kari! Steh auf! Ah, was? Nein! Alter! Was ist das schubes Leutchen, ey? So süß! Tobi! Tobi! Nein! Nein! Sind die doof? Mann, Mann, ist es so doof! Oh ja! Tobi und Kari! Tobi, haben gerade den perfekten Eisdям gemacht! Alter, was passiert hier gerade? Was? Warum? Warum? Zwei Dinge! Zwei Dinge in Berlin festhalten! Erlinear hat richtig Spaß noted! Der Erik! Ich habe den Kackhack gesehen! Alter, Pani, was machst du da? Ich machs gar nicht! Ich helde dich gar nicht fest! Alter Eriiiik! Ey... Dann müssen wir Pani ausstellen! Sieht aus wie das Westgewollt, ne? So Formationsschlässig. Ja, ne? Aua! Oh, Alter! Alter, Erik, dein Blick! Es ist einfach so doof. Okay, können wir mal ganz kurz. Okay, Schluss. Okay, ciao. Warte, ich führe. Von hinten hat er dich gegriffen. Oh Gott! Ähm... I have the time of my life! Was macht ihr denn da? Lalalalalalalala! Wuhuu! Was geht ihr ab für mich? Ja! Ja! Nein! Oh Leute! Oh! Au! Was ist los mit euch, Alter? Ja, geil! Alter, Tori! Oh, geil! Langsam mag ich's! Ach, schon wieder! Dann bist du halt drin. Ähm... Kannst du... Ähm... Ah, ist klar, ah, ist klar. So, rein mit dir. Rein mit dir. Nein! Nein! So. Okay, ich mach schon mal zu. Jetzt wird dir zugemacht, genau. Nein! 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 Ich will nicht jetzt das letzte, was ich seh. Hängen Sie losreden! Alter, Curry, kannst mir kurz helfen. Danke. Ich komme wieder raus! Ich komme wieder raus! High five, Erik! Nein! Lass doch einfach einen Folgen-Break gleich machen. Ja, wenn wir oben sind. Wenn wir oben sind. Ich komme nicht durch, Curry! Curry, ich komme nicht durch! Halt mal an, Curry! Halt mal an! Nein! 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 Ich habe die Hand nicht fest! Au! Okay, bis zur nächsten Folge. Ey, das Ding fällt nicht weg! Nein! 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 Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde! HBSG! 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 Hello darkness my old friend! Hey! So, ich gehe hier nur spazieren! Ne, das war einfach der falsche Gang, Mann! Oh! Hey, da gibt's keine verschiedenen Gang! Ich halte mich mal! Aber du hast nicht ganz nach vorne gedrückt! Alter, wir sind richtig schnell jetzt! Hilfe! Hilfe! Nein, Tobi, nicht so schnell! Hilfe! Hilfe! Aua! 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 Das ist so großartig einfach! Oh-oh! Eine gewisse Atemweise macht's Spaß! Ja! O-acht-acht! So, wo sind wir hier? Alter, wo lecken wir hier hin? Aua! Aua! Ich klemm zwischen den Reifen! Aua! Oh mein Gott! Oh mein Gott! What? Ja, guten Tag! Hallo! Weg auf den, Alter! Das Gesicht, ey! Was ist denn da für Moves, Alter? Yeah! Wooo! Alter, chill mal! Chill mal ein bisschen! Wow! Yeah! Ich will auch mitmachen! Mit meinem Philips-Rasierer hab ich's geschafft! Yeah! Nice! Hey, komm her! Ey, wie geil! Tobi, komm auch noch mal rein! Das ist voll geil! Tobi, komm auch noch mal rein! Hallo! Komm, wir machen einen Stern! Tobi! Ja! Komm, wir machen einen Stern! Tobi, komm rein, Alter! Komm, wir machen so einen Stern! Yeah, Tobi! Oh, meine Mütze! Oh, meine Mütze! Oh, meine Mütze! Alter, wir müssen so einen Stern hin machen! Ich will auch Tobi! Oh, ich will nicht hier rausfliegen! Oh, das ist ja schön! Warte! Starlight Express! Starlight Express! Lass uns mal so einen Preis machen, so Hand in Hand! Das wär voll cool! Oh, das wird doch sehr schwer, oder? Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin! Oh, mein Pan! Alter, Tobi, lass mich los! Achso! Warte, warte, eine Hand! Greif mir eine Hand hier! Das geht eigentlich, das ist nicht so schwer! Warte, warte! Stopp! Eine Hand, eine Hand! Warte! Tobi! Jawoll! Jetzt musst du nur noch Tobi und Pan! Das ist nicht meine Hand! So, jo! Jetzt! Jetzt! Warte, 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 warte! Nein, 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 nein! Nein! Lass los, lass los! Lass los, Pan, lass los! Alter! Ich bin dafür, wir lassen das vielleicht mit dem Stern! Ja, ich will das auch gerne! Was haben wir denn da hinten, Alter? Alter, ich bin der Boss, ich bin der Boss, Junge! Lass los! Und dann haben wir es geschafft, Leute! Dann haben wir es geschafft! Nein! Nein! Tobi! Nein! 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 Ey, Tobi! Was geht denn? Scheiße, Mann! Die zwei Deppen vom Flieger! Ja, Alter! Das kann doch nicht sein, ey! Warte! Hast du... Hör auf, sonst zu gucken! Okay, du denkst... Nein! Gib es nicht! Gib es nicht! Dann nicht! Alter, Tobi, was machst du da? Ah, mein Kreuz! Mein Kreuz! Mein Kreuz! Tobi! Alter, du bist schon ein Sack! Toll! Äh, okay, wir müssen die kleine Kiste nach oben bringen! Oh Gott! Äh, Hase? Kannst du vielleicht einmal ganz kurz hochkommen? Lass mich raten, eine Schnake! Ah! Oh Gott! Welches Ding fettes Kühl bei mir auf dem Monitor! Was? Oh! Was ist jetzt los? Hey, was? Panische! Habe ist Kuh, hey! Oh Gott! Hä, Tobi? Hast du auch eine Schnake? Ich kann auch kurz hochkommen? Kannst du mal kurz reinkommen hier? Ja, das wäre geil! Also soll ich jetzt nach oben gehen oder soll ich hier bleiben? Ja, ich komme nach oben! Schnell! Du musst sie retten! Du musst sie retten! Ich bin gleich wieder da! Okay! Warte mal, Tobi! Ich habe eine Idee! Wir stellen die Kiste hier oben drauf! Dann ist das doch Gleichgewicht, oder? Geil! Ich spring jetzt hier drüben hin und mach so Katapult! Ja, Mann! Klappt gut! Ne, du sollst ja nur da oben drangehen! Haut zur Maul! Ich mach, was ich will, okay? Du Wichser, Junge! Oh, hast du mich geschlagen, Alter! Wow! Alter! Wow! Das ist voll der geile Session-Effekt! Du Wichser, Junge! Komm her! Komm jetzt her, Junge! Ich mach dich fertig, Junge! Verpis dich! Nein! Ciao! Boah! Alter, was? Hä? Boah! 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 Nein! Nein! Hä? Was ist das? Ich weiß nicht! Ähm... Könnt ihr ein Foto von dem Vieh machen, bitte? Mach mal ein Foto, was das liegt denn? Versammlung! Scheiße! Ich hab mich so erschrocken! Ich hab dich, Junge, ich hab dich! He! Behe! Alter, ich weiß gar nicht! Wow! Ballertum! Ba! Züh! Lass mich los! Mit einem Arm, Junge, mit einem Arm! Äh, Tobi? Lass mich los! Du Arschloch! Komm her! Komm her! Du Wichse! Nein! Ich fang dich auf, Tobi. Ich fang dich auf. Lass mal überlegen, was wir jetzt nächstes machen müssen. Ja, spring mal drauf. Nein, nein, ja. Es ist zu kurz. Es ist zu kurz. Du musst sie noch ein bisschen zu dir ziehen, Erik. Hä? Hä? Was? Was? Oh, was hier heute passiert. Entschuldigung. Entschuldigung, Katastrophenaufnahme. Ciao und tschüss! Liebe Grüße! Liebe Grüße!